Hörst du das? Hä? Willkommen in Jumanji! Das ist das nächste Level! Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi's. Dein Schicksal. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Wo er weiß, Hitler denn, dass Papa ihn nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spiele-Sammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Jetzt kann Max ja nicht eines Tages doch noch berühmt werden. Komm, wir wollen anfangen. Komm, berühr mich. Und du verstehst, was Glück wirklich ist. Schau, ein neuer Tag mich an!